Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lim und in diesem Video möchte ich euch noch ein Update zu Neo geben. Ich hatte ja gestern bereits ein Video zu Neo selbst gemacht und es gibt halt weitere Neuigkeiten und die wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Zwar geht es hier vor allem um einen Airdrop, der demnächst stattfinden wird, womit ihr halt sozusagen kostenlose Tokens erhalten könnt und wie ihr die das bekommen könnt, teile ich euch halt später im Video mal mit. Gut, dann fangen wir mal mit der ersten Neuigkeit an und zwar geht es dabei um Binance und zwar plant Binance zukünftig wohl auch einen Handelsplatz für Neo selbst. Das bedeutet, so wie aktuell mit Bitcoin, Ethereum oder mit dem Binance Coin diverse Coins und Tokens gekauft werden können, soll es bei Binance demnächst auch mit Neo möglich sein, diverse Tokens zu kaufen. Und zwar Tokens, also NEP5 Tokens sowie ERC20 Tokens, jetzt zum Beispiel bei Ethereum, gibt es die NEP5 Tokens von Neo selbst, das heißt die auf der Neo Blockchain basieren. Und diese wird man dann voraussichtlich dann dort bei Binance dann mit Neo selbst auch kaufen können, beziehungsweise traden können. Und beginnen soll dieses dann mit dem Red Pulse Token, den ich hier jetzt auch nochmal geöffnet habe, RPX und später sollen dann weitere Tokens, die auf der NEP5 Blockchain basieren, folgen. Ja, so wie Deep Brain Chain und so weiter und so fort. Aber es soll halt wohl erstmal mit diesem Red Pulse beginnen und dann soll es halt auch weitergehen. Das war auch der erste Token meiner Meinung nach, der auch gelistet worden ist, der auf der Neo Blockchain basierte. Und wird dann halt auch als erstes dementsprechend bei Binance mit Neo gekauft werden können. Das nächste, was ich euch halt mitteilen möchte, und zwar geht es dabei um den AirDrop, sprich man bekommt halt kostenlose Tokens. Und es handelt sich dabei um den Anthology Token, der auch ein NEP5 Token ist, also auf der Neo Blockchain basiert. Und jeder Neo Coin Besitzer, der seine Coins in seiner eigenen Wallet bei Neon gelagert hat sozusagen, hat Anspruch halt auf diesen AirDrop automatisch. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall eure Neo Coins auf der Neon Wallet drauf haben und dann würdet ihr automatisch 20% von dem, was ihr an Neo Coins habt, von diesem Token sozusagen bekommen. Sprich, ihr habt dann 10 Neo Coins, würdet dann halt 2 Anthology Tokens bekommen. Insgesamt werden 20 Millionen Anthology Tokens ausgegeben und dieses beginnt am 1. März. Und zwar teilt sich das jedoch so auf, dass ihr dann zum Beispiel habt 10 Neo Coins auf der Wallet, würdet ihr erstmal 10% kriegen, das heißt ein Anthology Token. Und dann später im zweiten Quartal, wenn die Blockchain von Anthology fertiggestellt sein wird, folgt dann der nächste Token, in dem Fall der zweite, also ein zum 1. März und ein dann zum 2. Quartal. Natürlich, wenn ihr dann 100 Coins habt, kriegt ihr dann dementsprechend natürlich 20 Anthology Tokens und wenn ihr nur 1 habt, kriegt ihr 0,2 insgesamt. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ich weiß jetzt nicht, was Anthology selbst als Projekt jetzt darstellt, aber wenn man sowieso Neo Coins hält und die halt in der eigenen Wallet, ihr müsst die wirklich in der eigenen Wallet haben, vor allem in der Neon Wallet meine ich. Und wenn ihr die jetzt zum Beispiel bei Binance oder auf anderen Börsen habt, weiß ich nicht, ob die euch dann den Airdrop, diesen Bonus, den ihr dann automatisch kriegen würdet, von denen dann vermittelt bekommt oder ob die das nicht für sich selber einbehalten, weil sie haben ja dann den Private Key und ja, das wäre dann natürlich nicht so schön. Also von daher, wenn ihr Neo Coins habt, auf jeden Fall bei Neon in der Wallet lagern und dann seid ihr hier auch mit dabei. Gut, dann können wir uns nochmal kurz den Coin Market Cap anschauen und zwar aktuelle Marktkapitalisierung 494 Milliarden ist etwas gefallen im Vergleich zu gestern. 23 Milliarden Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden und 37% Bitcoin Dominanz, das ist schon sehr viel im Vergleich zu den letzten Tagen und Wochen. Und ja, in den Top 100 ist es überwiegend jetzt aktuell rot, aber im einstelligen Bereich, wir befinden uns ja aktuell immer noch in einer Seitwärtsbewegung von den ganzen Charts her. Und ja, ist auf jeden Fall alles im gesunden Maße und mal steigt es ein paar Prozent, mal fällt es wieder ein paar Prozent, ist alles meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung und ja, besser als immense Ausschläge, wie wir sie Ende Dezember, Anfang oder im Januar hatten. Das war natürlich sehr extrem und aktuell scheint sich der Markt dann doch wieder weiterhin zu beruhigen. Das soll es auch gewesen sein mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, bitte hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, nutzt den Kommentarbereich unter dem Video, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.